Wir sind jetzt hier auf dem Afrikamarkt in Berlin auf dem Alexanderplatz. Sie sind meine neuen Freunde hier. Schöne Klamotten. Schöne Klamotten hier. Pfeifen zum Haschrauben gezielt. Schöne Pfeifen zum Haschrauben. Haschgras oder Amphetamin kann man dadurch schrauben. Weg. Sind egal, ist hier nicht. Die Klamotten sind auch hier. Kann man stellen auf dem Klamottenstuhl oder Grabenstuhl. Er quoi? Der hat mich bei ihm mit einem Schrauben geschaut. Schöne Klamotten. Schöne Klamotten. Schöne Klamotten. Wacka Wacka Wacka. Ja. Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann. Mann, Mann. Mann, Mann. Mann, Mann. Ja, er warorn. Was ist Ihr? Ich muss das Puhren. Was ist das denn? Komm mal weg. Mal gucken, was hier noch so gibt. Jetzt ist auch Roskarten. Berlinkram, Sehn, was mehr. Der Berliner Bär. Hier tanzt der Bär. Körbe, Körbe. Hier, hier, hier. Körbe, Körbe. Das ist eine Padiba aus Cocktails Hamburgen, Senegal, östafrikanische Fische Körstfülle, Schäuze, Farikot, Pichu Kamerunische Küche Kamerunische Küche Zwei, zwei, drei, drei, zwei, drei, vier, drei, vier. Gibt sich coole Mützen, Berlin-Mützen. Ich habe schon auch eine coole Mütze heute. Ich habe den Platz heute, was ich. Ich kann mich mal auf den Haaren machen. Wir sind in Deutschland. Wir sind in Deutschland, Berlin. Refektor. Und Frau Klauze.